Oh, dieses Arschloch, dieses blöde kleine Mist. Nein, jetzt darf auch nichts mehr in die Mitte rein. Äh, what? Was soll das denn jetzt gehen? Ist das mal ernsthaft? Ich muss so auswalten. Da fangt der Knopf. Oh, diese Wichseln. Entschuldigung für die Kraftausdrücke, aber das ist jetzt echt langsam nervig. Da schaffst du es mit Müh und Not dahin? Was zur Hilfe? Oh Gott, oh Gott. Das ist so eine Rotz, ey. Und, boah, ist das schütz. Eieieieiei. Jetzt nicht von Anfang an, oder? Nein, nein, nein. Das ist nicht von Anfang an. Oh Gott. Sonst wäre ich jetzt einfach ausgescheuert, glaub ich. Also ich weiß, dass ich nicht lang überlegen werde. Ich versuche jetzt alles nur reinzuhauen, was irgendwie geht. Ach, das ist doch nicht dein Ernst, ey. Nein, nein. Wo ist der Luft? Warte, warte, warte. Oh, fuck off. Nein, und jetzt sehe ich wieder nichts. Ich müsste nicht respawnen, ich habe nur einen schwarzen Bildschirm. Hallo? Ich habe ihn gleich. Kann ich respawnen? Äh, wäre ganz schlecht. Aber ich sehe nichts. Es ist einfach nur ein schwarzer Bild. Ja, dann mach jetzt der, mach jetzt der. Ja, jetzt gleich tot, dann machen wir es nochmal. Ja, dann mach ich mal. Ja. Jetzt gehe ich mal. Glaubst du das? Schau. Aber, aber, aber. Naja, gut, gleich war er jetzt noch ein ganzes Stück weg, du. Naja, also zu dem Zeitpunkt, wo ich das gesagt habe, er noch so dritte live oder so, das wäre dann noch gegangen gewesen. Oh, okay. Was ist das? 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 Das ist das? Deckspiel! Der hilft nicht zu jetzt. Get it! Ich fall schon wieder in den Abgrund. Leck mich am Arsch, dieses Dreckspiel. Ich seh halt wieder nichts. Das ist zum Kotzen. Ja, jetzt bin ich auch tot. Ach, halt's Maul. Ich nehm alles am Schluss mit was geht. Ich bin ein Wettbewerb. 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 Was ist denn? Was ist denn das für ein Wichser? Sorry, ich wiederbeleb mich. Ist mir egal. Warte, warte, warte. Ja, ne. Warte, warte. Warte, warte, warte. Oh Gott. Warte? Oh. Ich weiß nichtии go Koreans, aber gut. Ist ja egal. Ich 16. Warte denn ganz, da ich dich ohne. Ich stehe was P Sciences hat. S-S-Plus-Hert!" Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh no. You better run. Run like the rat you are. Trying to go boom. Alright, I have mixed that trap. Prepare to get perforated. Oh god. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. I'm going to kill you. That's the last thing I do, Mr. Bebys. I'm going to kill you. You have to run. Run like the rat you are. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. You have to get perforated. I've wasted enough time on you. Die. Die Waffen machen nicht. Egal was du drauf schießt. Das ist kein Schaden. We're dealing with a war hero here. Give it up. If I die, I'm taking you with me. Oh god. Oh shit. Dieser Mann! Scheiße! Oh Gott du Siler erwischten alle Bilder! Oh, das war's für dich. You fool, now you gotta get it. Oh, der Kinnoli ist wunderschön! Ich habe genug Zeit auf dich! Gehe! Ich habe einen Prinsen für dich! Du besser run! Run, wie ein Wreck du bist! Oww! Das ist ein Problem. Oh mein Gott, jetzt hab ich gepennt. Noli is angry I gotta close it for ya Stand still so I can shoot ya From the side a hell of the targets You're done, Mr. B We're gonna have to do so much help for us No, Frag, what do you do? Du lässt dich aber nicht vertreffen Hä? Was musst du denn da treffen? Da ist eine ganz andere Hitbox jetzt Oh, Frag! Es ist uns, ich wird so schwer Die Scheiße Die Konzentration ist, denke ich, auch noch Oh, Frag Oh, Frag Ich werde dich töten, wenn du die Schmerzen bist Ich werde dich töten, Mr. Denny Ich werde dich töten, Mr. Denny Oh, komm Oh, komm Oh, komm Oh, komm Oh, komm Oh, Frag Ja, stimmt. Ja, ist ziemlich schnell. Ohhhh, das ist ein Bingo. Oh, das ist ein Bingo. Ich schieße ihn Hier ist er Ja da ist noch ne Phase Er knallt aber Jetzt mach den endlich alle Wieso haben wir uns das Spiel gekauft? Was? Wieso haben wir das Spiel gekauft? Das erste war genauso schon so ein So ein Abfuck Weißt du was anderes lustig ist? Du schriegst wie eine kleine Mädchen auf der Weg nach unten Nein! Nein! Was ist das? Was ist das? Wie verliebt er wohl nicht mehr Immerhin steppt er auch dass das falsch wird Ich bin der erste Mal von meiner Bucke-Liste Ich bin fertig mit diesem Kratzen Jetzt wo sind die Ecke aus dieser verdammten Mauten damit ich ein Spiel finden und die Hilfe zu finden zurück nach Hause Was der Jetzt kommt der richtige richtige Endpost Ja genau Okay das nächste Spiel spielt quasi auf dem Mars dann Auf dem Mond 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 Wir haben's geschafft Wir haben's Wir haben's Wir haben's Also da schweckt grad mehr Erleichterung mit als alles andere vor dem Spiel Das ist Das hat grad viel mit Freude zu tun Also ich hatte so geplant 2 Stunden Was? Dass wir's durch haben Ne Also ich hab vor dem Spiel Cloud gehabt 4-5 Stunden ungefähr Nein Nein, 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 nein Guck noch mal Es dauert 2 Stunden Guck da noch mal bitte nach Ich hab nicht auch davor noch mal geguckt Wo bin ich? Was sagt das über uns aus? Dass wir sehr schlecht sind sehr schlecht sind Oh Gott Verbindung zum Spiel wurde verbrochen Ist mir auch scheißegal Das war's Echt? Dann werde ich jetzt auch gleich mit dem Ladebildschirm Oh Mann Ach je Ja Ja, was bleibt da jetzt abschließend noch zu sagen Wir haben's durch Gott sei Dank Teil 3 wird's wahrscheinlich nichts geben Nicht mit uns Doch, wahrscheinlich schon wenn's jetzt rauskommen sollte Naja, ich weiß nicht Ja, vielleicht gut, vielleicht haben wir dann vergessen wie Ja, andererseits wir haben's jetzt auf Video Das heißt Wolltest wir uns irgendwann selbst die Scheiße nochmal anschauen Dann wird's keinen Teil drüber geben Ne, wir gucken uns den Scheiß nicht an und irgendwann haben wir nur noch romantische Gedanken dran und gesagt, ach das war doch ganz nett und ja vielleicht 1-2 Stellen Okay Ich für meinen Teil werde mich jetzt verabschieden werde mich zurückziehen in embryonaler Stellung und werde nicht mehr an das Spiel denken wollen Das ist äh Das ist äh Immer schön durch den Bauch ein und aus atmen dann wird Oh ja Und irgendwann wird's wieder gut Unfassbar echt Nun gut Ich wünsch euch was In diesem Sinne Genau Man sieht sich, man hört sich Bis dann Auf Wiedersehen Ciao Tschüss